Ich möchte gerne nochmal für all die vielen neuen Menschen, die hier zu meinem Kanal dazugekommen sind, herzlich willkommen, die Grundlagen der Traumabearbeitung erläutern, so wie ich das sehe, meines Sicht der Dinge, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat. Und wer mich noch nicht so kennt, mein Name ist Gopal, ich bin Traumatherapeut, bilde auch selber Traumatherapeuten aus, Fachbuchautor und spreche auf Kongressen. Und mein Ziel ist, das Thema Trauma und das Verständnis darüber in die Gesellschaft zu bringen, damit wir insgesamt eine heilere Umwelt und eine gesündere Gesellschaft erschaffen können. Denn das, was wir jetzt hier erleben, den ganzen Albtraum, muss man ja inzwischen sagen, der basiert auf Trauma, insbesondere auf Entwicklungstrauma. Und das ist den meisten Menschen nicht bewusst und es ist nicht Teil der öffentlichen Debatte und öffentlichen Gespräche. Das heißt, es besteht völlige kollektive Unbewusstheit über diese Zusammenhänge und damit auch über die eigentlichen Ursachen des Leides, was wir hier erleben. Und natürlich der Höhepunkt von diesem Ganzen ist der aktuelle Krieg, der auch letztlich auf traumatisierten Menschen basiert und leider eben auch wieder traumatisierte Menschen hervorbringt. Das ist ein Kreislauf, der seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden am Werke ist. Und den durchbrechen wir in dem Moment, wo die kritische Masse einer Gesellschaft das Thema Entwicklungstrauma auf dem Schirm hat, im Fokus hat. In dem Moment ist dieser Teufelskreis durchbrochen. Und meine Videos sollen dazu dienen, euch zu befreien davon, anderen wiederum zu helfen, das Verständnis zu geben und wie gesagt, das Thema überhaupt mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Also, wie ist meine Sicht? Wäre es nicht schön, wenn es einfach wäre? Es wäre doch eigentlich das Beste, wenn das Prinzip, worum es hier geht, wie Trauma funktioniert, wie das entsteht und wie es zu heilen und zu therapieren ist, wenn das auf einfachen Prinzipien bestehen würde. Wenn man nicht jahrelang Psychologie und Neurophysiologie studieren müsste, um das verstehen zu können. Und aus meiner Sicht ist es relativ einfach, die Zusammenhänge. Und die würde ich gerne hier zusammenfassen, um euch eine Orientierung zu geben, damit ihr irgendwo loslaufen könnt oder starten könnt, damit ihr überhaupt eine Idee habt, wo denn die Heilung lang geht und wie das prinzipiell funktionieren kann. Meine Sicht der Dinge ist, dass Trauma und das Leiden, was sich daraus manifestiert, aus vier Punkten in einem Kreislauf besteht. Und der Ausgangspunkt heute, wie wir das reinszenieren, ich rede nicht davon, wie es entstanden ist, sondern wie wir das heute unbewusst reinszenieren. Und dieser Ausgangspunkt ist im Kopf, im Geist. Das sind Gedanken, unbewusste Gedanken, Gedanken, die sich aufgrund der realen Erfahrungen in der Kindheit gebildet und zementiert haben als Lebensfundament. Das heißt, unser Lebensfundament sind Gedanken, aber nicht irgendwelche Gedanken, sondern letztlich ein einziger Gedanke über den Beziehungskontext. Und das heißt nichts weiter, als dass mein Leben im Prinzip darauf besteht, was daraus besteht, was ich denke, was jemand anders tut, dem ich näher komme. Das nenne ich Projektion. Das ist das, worauf unser Leben besteht. Und je weiter wir traumatisiert sind, desto mehr müssen wir um diese Idee herum unser Leben aufbauen. Also Beispiel, wenn ich Gewalt erfahren habe als Kind, dann kann es sein, dass mein Lebensfundament daraus besteht, dass ich unbewusst denke, wenn ich einem Menschen näher komme oder wenn mir ein Mensch näher kommt, wenn es also zu Kontakt und Beziehung kommt, dass der andere dann gewalttätig auf mich losgeht oder noch weiter auf die Prinzipien der Beziehungsebene runtergebrochen, dass er meine Grenzen überschreitet. Also das kann, das ist ein Beispiel. Wenn ich Nähe erlebe, bedeutet das, dass meine Grenzen überschritten werden. Und diese Gedanken, diese Projektion, die Ausgangslage für die Reinszenierung heute ist ein Gedanke, was ein anderer tut, was mein Gegenüber tut, wenn wir uns annähern. Das ist keine Idee über mich, weil eine Gefahr ist immer außen. Und wenn so ein Gedanke aktiv ist, wir nehmen das Beispiel, wenn es zu mehr Nähe kommt, überschreitet der andere meine Grenzen. Wenn das also das Fundament in meinem Nervsystem ist und das Fundament meines Weltbildes und meines Lebens, dann natürlich führt das zu Stress, weil so kann ich mich nie entspannen. Ich brauche ja Nähe und Verbindung. Aber wenn das verknüpft ist in meinem Kopf mit Gefahr durch Grenzüberschreitung oder sogar Lebensgefahr, dann komme ich nie zur Ruhe, weil mein System ständig hin und her pendelt zwischen dem Bedürfnis nach Nähe und dem Versuch, sich abzugrenzen. Da gibt es keine Lösung. Das führt also zu Stress oder, wie man sagt, Disregulation. Das heißt, diese Projektion, diese Kernprojektion, die im Kopf ist, führt zu Disregulation im Körper. Und diese Projektion ist etwas nicht Reales. Das ist etwas, was prinzipiell aktiv ist. Das heißt, das ist das, was ich prinzipiell über Nähe denke. Aber Nähe an sich ist keine Aussage, ob es sicher ist oder gefährlich, sondern Nähe heißt einfach, zwei Menschen kommen sich näher. Und das kann gefährlich sein, es kann unklar sein, aber in den meisten Fällen ist es sicher. Also die Projektion ist etwas nicht Reales, etwas, was prinzipiell wie eine Schablone über Nähe drübergelegt wird. Die Disregulation, die ich mir damit im Körper erschaffe, wie gesagt, alles unbewusst in der Regel, die ist real. Der Körper ist ja real. Das heißt, den Stress, den ich dadurch produziere in meinem Körper, das ist realer Stress im Körper. Der hat zwar keine Entsprechung mehr am Außen wie in der Kindheit, aber der Körper leidet darunter, ganz real. Da ich die ganzen Zusammenhänge nicht verstehe, versuche ich dann, mit diesem Stress irgendwie fertig zu werden. Das heißt, ich tue etwas in dem Versuch, diesen Stress zu reduzieren. Da ich aber, wie gesagt, die eigentliche Ursache nicht kenne, gibt es keine Möglichkeit, wirklich das in der Tiefe aufzulösen. Also werde ich kompensieren. Und auf der Beziehungsebene bedeutet das zum Beispiel, dass ich niemanden an mich ranlasse. Also wenn die Projektion ist, bei mehr Nähe werden meine Grenzen überschritten und es wird gefährlich. Der Stress, der dazu erzeugt wird, kann zu der Kompensation führen, dass man sich fernhält von Menschen, immer Distanz erzeugt, wie auch immer man das tut. Diese Kompensation führt in der Folge zu Symptomen, weil der Stress und die Kompensation keine Lösung darstellen und ich nicht genährt werde. Das heißt, der Körper bleibt in einem Stresszustand, ich leide durch fehlende Bindung und es ist sozusagen auch destruktiv für die Umgebung, für die Menschen, die um mich herum sind, weil auf sie etwas einwirkt, was mit ihnen als realer Person heute nichts zu tun hat. Also habe ich am Ende Symptome, zum Beispiel Einsamkeit, zum Beispiel permanente Konflikte, Substanzabhängigkeit, was auch immer sich in der Folge der Kompensation eben bildet. Und das Symptom kann entweder den eigenen Körper betreffen oder eben andere Menschen, dass ich immer verlassen werde zum Beispiel oder dass Menschen aggressiv auf mich werden oder dass ich keinen Partner finde oder wie gesagt, irgendwann dann sogar körperliche Krankheiten, wenn der Stress über lange Jahre andauert. Das heißt, wir haben diesen Kreislauf von der Projektion zur Disregulation, zur Kompensation, zum Symptom. Und das wiederum sieht dann natürlich so aus, subjektiv für mich, dass diese Projektion real ist, dass die immer noch stimmt. Das fühlt sich in sich schlüssig an, obwohl es heute eben nicht mehr stimmt. Aber in sich fühlt sich das schlüssig an, weil eben der Stress im Körper real ist. Und wenn ich das eben spüre, dann projiziert das System immer eine Gefahr nach außen, um das kohärent zu machen, weil sonst würde mir das komisch vorkommen, wenn ich einfach Stress im Körper spüre und der Kopf hat keine Erklärung dafür. Das macht der Organismus nicht. Der versucht, das kohärent zu machen, also projizierter. Und so ist das wie zwischen der Projektion und der Disregulation. Das ist selbst verstärkend, so ein kleiner Kreislauf. Und in diesen vier Punkten verstärkt sich das insgesamt nochmal. Und das ist jetzt die Frage, wie soll man da rauskommen? Und ein typisches Beispiel, was ich immer gerne erwähne, ist die Vargusübungen, die jetzt so beliebt sind. Das kann das Problem nicht lösen, weil ich am Symptom ansetze. Ja, natürlich sind Vargusübungen besser als Substanzmissbrauch. Aber es setzt am Symptom an, nicht an der Ursache. Und ich komme nicht, ich komme prinzipiell nicht von der Bearbeitung eines Symptoms zur Ursachenauflösung. Das geht nicht. Das wäre genauso wie, ich nehme auch gerne mal das Beispiel von einem Haus, wenn es im Keller einen Rohrbruch gegeben hat, die Feuchtigkeit zieht hoch, im dritten Stock gibt es Schimmel, dann kann ich nicht durch Bearbeitung oder Bekämpfung des Schimmels im dritten Stock den Rohrbruch im Keller reparieren. Das funktioniert nicht. Und so ist das bei uns auch. Wenn ich Vargusübungen mache, erlebe ich vielleicht Entspannung. Ja, ganz sicher sogar, wenn das funktioniert, wenn ich das richtig mache. Das heißt, der zweite Punkt, die Disregulation, der Stress wird reduziert, aber die Ursache heute, die Projektion wird nicht aufgelöst. Wenn ich Vargusübungen mache, ändert sich nicht das unbewusste, tief eingebrannte, vergrabene Beziehungskonzept. Das kann sich dadurch nicht ändern. Und so werde ich dann wie abhängig von den Vargusübungen, muss die immer wieder machen, aber die Ursache kriege ich nicht aufgelöst. Deswegen ist mein Ansatz und der Ansatz eben des Verfahrens, was ich entwickelt habe, Floating, ist, an der Projektion anzusetzen und die herauszufinden. Und das mache ich mit den Teilnehmern, das machen die miteinander sozusagen, dass wir versuchen, herauszufinden, was ist die Kernbeziehungsidee, nach der ich lebe. Und die ist unbewusst, da brauchen wir Hilfe, weil unser ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, das eben nicht sehen zu müssen. Wenn ich das erkennen würde, dann wäre sofort alles klar. Ach so, ich denke die ganze Zeit, dass ich angegriffen werde, wenn Nähe entsteht, das ist ja Quatsch, dann höre ich damit auf. Das geht natürlich nicht. Natürlich im Bewusstwerdungsprozess passiert das dann, weil derjenige im Floating zum Beispiel, wie in jedem anderen Verfahren, was diese Prinzipien berücksichtigt, dann erfährt, dass diese Projektion Unsinn ist. Das heißt, Projektionen, diese Form von Projektionen, die als Beziehungs- und Lebensgrundlage in uns verankert sind, können nur überschrieben werden durch konkrete Erfahrungen. Jetzt sorgt aber die Projektion dafür, dass keine Nähe entsteht. Also kann es nicht überschrieben werden durch neue Erfahrungen. Das ist ja der Teufelskreis. Also helfe ich den Menschen zu einer realen Erfahrung von mehr Nähe, als das System eigentlich zulässt, unter geordneten und gesicherten Bedingungen. Und dann erfährt derjenige, dass das Konzept, nach dem ich bisher gelebt habe, mindestens in dieser Situation nicht stimmt. Und diese eine Situation reicht aus, um zu erkennen, dass diese Projektion prinzipiell Unsinn ist. Ja, weil wenn es einmal nicht stimmt, dann kann es nicht sein, dass diese Projektion universell gültig ist für alle Situationen, wo ich mich einem Menschen annähere. Und damit ist das entkoppelt. Und es reicht im Prinzip eine Erfahrung von mehr Nähe und schon hat der Organismus verstanden, wo die Heilung und die Transformation lang geht. Das heißt, die ganze Traumatherapie basiert aus meiner Sicht nur darauf, einem Klienten eine Erfahrung von Nähe ohne Gefahr zu ermöglichen, ohne das Erlebnis von Gefahr und Ohnmacht zu ermöglichen. Und dann kippt etwas im Nervensystem und im Geist. Und dann beginnt der Weg der Heilung. Und dieser Weg der Heilung ist dann auch nicht mehr aufzuhalten, weil das Nervensystem einmal erfahren hat, was es eigentlich braucht. Und bis dahin hat das Nervensystem ja gar nicht erfahren, was ist, was fehlt. Ja, wir haben den Kontext nicht als Kind. Wir können gar nicht einsortieren, das gar nicht erkennen, was uns fehlt. Weil sonst würden wir uns das ja einfach holen. Deswegen ist ab einem bestimmten Maß von Traumatisierung immer ein Therapeut notwendig. Das können wir nicht alleine lösen. Und das ist halt auch das, was viele probieren. Als Kind waren wir alleine. Da gab es keine externe Ressource im Extremfall, die uns geholfen und reguliert hat. Deswegen sind heute viele Menschen unbewusst in dem Versuch gefangen, das alleine lösen zu wollen. Und das geht nicht. Wir können Entwicklungstrauma nicht alleine lösen. Das geht nicht. Wir können generell nicht alleine leben. Wir können nichts alleine lösen in dem Sinne, weil wir prinzipiell Säugetier-Nervensysteme haben, die fundamental auf Kontakt und Beziehung angelegt sind. Wir brauchen Kontakt und Beziehung. Und das muss einmal in das System rein. Das Kontakt und Beziehung, was Schönes und Nährendes sein kann. Und nicht zwangsläufig Horror oder nicht möglich. Wenn das dein System mal erreicht hat, Kontakt, Nähe und Beziehung ist etwas Schönes. Und alles, was da passiert, was auch vielleicht Konflikte angeht, kann im Dialog gelöst werden. Wenn das als Erfahrung in dein Nervensystem kommt, dann ist die Sache erledigt. Und der ganze Albtraum, der geht, die Suche und die Verzweiflung und alles, das ganze Leiden, das geht bis zu diesem Punkt. Und wenn du das einmal erfahren hast, das können alle bestätigen, die diesen Punkt erreicht haben, dann ist der Horror zu Ende, weil du dann weißt, wo es lang geht. Du hast einmal das Licht gesehen, dann ist das Herumirren in der Finsternis, das ist vorbei. So, das ist also zusammengefasst nochmal meine Sicht auf Trauma und Entwicklungstrauma. Und ich habe ein ausführliches Video zu diesen vier Punkten gemacht. Wenn dich das interessiert, verlinke ich unten in der Beschreibung. Tiefe Einblicke in die Traumaarbeit mit Floating. Da erzähle ich ganz im Detail die Zusammenhänge, was da wie wirkt und die einzelnen Ausprägungen. Und wenn du das also wirklich wissen willst, auch vor allem, wenn du selber therapeutisch tätig bist, dann empfehle ich dir dieses Video dazu. Und für die, die auf der Suche sind, ich kann immer nur wiederholen, das sage ich oft, du darfst nicht aufgeben. Das ist das Wichtigste, nicht aufgeben. Wenn du suchst und weitersuchst und auf eine Lösung bestehst, dass du jemanden findest, der dir helfen kann, dann wirst du diesen Menschen finden, egal wer das ist. Aber du wirst dann diesen Menschen finden, der dir helfen kann. Und der Beginn ist, dass du Informationen hörst, bei denen es bei dir plötzlich Klick macht. Wo du merkst, ah, der, der redet über das, was in mir los ist. Ich verstehe das zwar nicht oder ich habe es bisher nicht verstanden, aber das, das ist das, was mich betrifft. Ich verstehe das nicht. Du, okay. Du, okay. Ich verstehe das nicht. Du. Okay.